Steig mit ein, sei dabei, wenn wir Cruisern fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind Verrückte und tun Dinge, die sonst keiner tut. Das ist unsere Tuning-Szene. Wir haben Benzin im Blut. Stunt, Willi Cruisers. Wollen wir mit dem Fahrrad fahren? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sind die Geilsten, wenn wir gruben, wenn wir cruisen. Hallo, meine Party-People, ja. Hi. Schnelldurchlauf, weil wir sehen, wird schon wieder acht Leute. Immer noch die gleichen, die ihr die letzten zwei Wochen hier bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Ja. Tipp, yeah, extrem Tobi, play for fun, Frau Brülli, Marcy, Killer Lady, Lisa und euer Brülli. Ich hab keine Ahnung, ich hab gar nicht geguckt. Ich scheiße. Oh, shit. Ja, fahre nochmal heute den T20. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Da ist doch ein Irren. Nein. Wo ist der Irre? Wo ist der Irre? Hä? Weg. Da ist der Irre. Ach, der Pierre. Okay. Natürlich. Nach dem Rennen wird der Tobi wieder zu ziehen sein. Nein. Ich glaub, da... Du gehst nach jedem Rennen. Ich will nicht starten, genau neben dir. Okay. Mach dich bloß weg. In dem Mix. Ab geht's. Scheiße, kein Schnellstart. Mach dich weg, Pierre. Ach, auch. Wah. Da ist der schon wieder. Aber da aufgehört zu rechnen. Oh, shit. Ich bin weg. Ich fahr zu schnell. Die Straße ist zu nass. Ja. Der Marci war es, oder? Ja, die war es nicht. Das war es zu. Oh, Alter, wie du hier Rutsche tut. Wow. Ja. Ich bin noch nie in dem. Ach, nee. Nö. Ach, nee. Was macht du denn? Ey, was ist das für ein Scheiß, Alter? Ach, Tobi. Nee, ich hab echt keinen Bock mehr langsam. Ach, ja. Wir sind alle ein bisschen müde und die Straße ist auch noch. Was ist da los? Äh. Was ist das für eine Waschstreife? Das ist ja fast wie Buddy People Jobs hier. Ein 50 Punkte und zwei Runden, oder was? Da fliegt das. Nein. Der fliegt hoch an. Boah, Alter. Blöder, blöder Auto, du. Na. Ja, ist halt grün, ne? Ich denke, ich fahr mal dem Tobi hinterher. Was ist da hier mit dir? Ist aber schön, dass ihr auch mit Warnet. Was schreibt ihr denn hier? Boah, war der knapp. Hinten drin zwei, ey. Die Kursers waren es, was war dran. Die drei T20 sind vorne. Mensch, Lisa, mach dich weg. Ich habe da auch nicht jetzt echt nichts viel. Ich hatte einfach die... Nein, scheiße. Scheiß Kurve. Gerade ist Auto, was ich mal im Rülli-Marsie. Wuhu. Das heißt nur Kurva. Das heißt nur Kurva. Nicht mal Lade. Da Kurva. Jalla, jalla. Kurva, halt. Fährt mir ab, sich nicht im Arsch hier, die Frau. Schönes, Kurva. Oh. Lass mich mal bewegen. Yeah. Streng die an. Ja, ich drück voll durch hier. Ich hab die zwei Taste, ich hab Gummiflitsche drum hier. Oh, da kommt, da kommt, da kommt, mit der Frau in die Röhre. Das kann nicht gut gehen. Nein. Nein. Dämlich, ich hab den Windschock. Ey, Marci, du bist ein Pesser. Oh, da fliegt der Marci. Du hast mich jetzt zweimal in den Rennen gerammt. Die erste Kurve und jetzt dann wieder. Ich hab ihn nur einmal verramt. Ich hab ihn nur einmal verramt. Ich hab ihn nur einmal verramt. Ja, jetzt. Einmal war es nur. Ja, ja. Du hast aber geil gemacht hier. Wall right auf der Brücke oder was? Oh, die Brülli. Nee, der Marci war das. Ich mach noch Platz. Ich dachte, Frau Brülli ist hinter mir. Oh, ich will keinen Windschatten. Ich will keinen Windschatten. Ich will keinen Windschatten. Nein. Nein. Ich will hier auch nicht hin. Oh. Marci, schau mal, hinter dich. Nein. Nein. Ja, ja. Ich wollte ja nicht antiefen, aber jetzt hast du einen schon selber erledigt. Alter, ich noch einmal schubst ihn über. Warte, ich war ein Käfer. Fuck. Ich bin ja auch nicht. Blauer Käfer. Ich bin ja auch nicht. Blauer Käfer. Überall Beutel. Hier gibt es keine blauen Käfer. Ja, warte. Nein, das war ein Auto. Der Rampfer ist vor mir. Ja, du kannst wieder vor. Alter. Der lässt sich vor. Wow. Lass die Frauen mal schön fühlen. Danke. Ich habe gebremst. Ich habe gebremst. Alter Vater. Hey, wo bin ich denn? Du bist einfach für schneller fahren. Ich weiß nicht weiter. Was macht ihr mein Auto? Schneller fahren. Ja, die Strecke geht gar nicht. Ich kann hier gar nicht fahren mit dem E-Tal-Lieb. Schneller fahren. Warte doch mal schneller. Ich fahre schon wieder runter. Auf alle Ernst. Was handelst du mich denn jetzt, ey? Warte doch mal schneller. Oh, scheiße. Mann, ich höre schon mal. Die drei Besten sind wieder vorne. Was ist denn los mit euch? Oh, das war das jetzt schon wieder. Schatten. La, 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 la. Ach du Scheiße. Warte, dann müsst ihr auch fahren, ja? Hilfe. Nein. Wie blödes Auto. Wo springst du hin? Da ist der Punkt. Ich lasse euch mal die anderen reden. Mein Bulli ist ein bisschen müde. Wir haben Viertel vor eins mitten in der Bremse. Nacht. Mitten in der Bremse? Ja, ich habe gerade so eine Bremse. Da steht so ein Plakat mitten in der Schanze. Sprung. Spring, sprang, fliege, flack, hüpf, spring. R2 dritten ist L2. Ach so. Alles klar. Wasser. Brems. Nochmal eine Runde. Ja, eine geht noch. Komm, wir mal ein 10-Minuten-Video. Hau rin. Ja, gleich. Jetzt ist die Straße auch trocken. Jetzt ist es einfacher. Oh, die Röhre ist nass. Oh. Ey, schon wieder derselbe Fehler. Das kann doch nicht. Warum lässt du jetzt vor? Danke. Braucht uns wenig. Na toll. Wasserball. Alter, vor. Ich muss jetzt komplett von da starten. Na, machst du es jetzt bitte. Scheiße. Ja. Ne? Blöd, ne? Ja. Ähnlich ist mir auch passiert. Ich konzentriere mich mal ein bisschen und bringe das Ding nach Hause. Da wollen die Gurken nach Hause. Die sind doch schon im Kühlschrank. Hallo. Es will da. Egal, ist Käse. Ich brauche nicht nach Hause. Hallo. Käse. Nein, Deutschland an der Party. Hä? Wo ist es denn? Oh. Wuhu. Oh. Oh. Was ist denn da los? Oh, ey. Autowasche gratis. Ich habe mich doch vorgelassen. Ich war gerade erster. Jetzt bin ich sonst da. Der lässt mich immer vor. Gerade. Das ist schon eine Runde her. Käler denn ja. Verkauf das. Ja, okay. Ich auch. Nachhängig, du hast leider abgeroben. Zwei weniger. Ja. Ich kaufe mir lieber Cola für den. Ihhh. Ja, das haben wir doch. Nee. Jetzt fahr doch. Mann. Ja, fahr doch mal. Baut mal mal einen Unfall. Nein, ich bau gar nicht. Ich konzentriere mich jetzt. Uldi, mach mal Unfall. Ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Uldi. Ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Nimm dir erstmal ein. Nimm dir erstmal ein. Nimm dir erstmal ein. Lange, lange leer. Uldi, hol dir eine Flasche aus dem Kühlschrank. Nein, heute gibt es nichts mehr. Oh, diese Brücke, ey. Das ist doch ein Witz. Ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Genau. Deswegen konzentriere ich mich. Ich bin auch arm geflohen. Willkommen. Scheiße. Nein, Baum. Bitte frag mich. Ich bin wegen dem Baum gefangen. Brüli, konzentriert sich. Brüli, konzentriert sich. Brüli, konzentriert sich. Du wolltest doch die ganze Zeit gelassen werden. Ich habe heute noch kein Rennen gewonnen. Lass mich in Ruhe. Du hast heute schon zwei Rennen gewonnen. Nein, aber gestern. Ja, trotzdem sind es für heute. Nein, das sind nicht für heute. Ey, Angi, ich bin vorbeigeflohen. Scheißspiel. Richtig, Sau. Marcel meckert nicht immer. Ja. Nein. Marcel meckert über jedes Rennen. Und was darfst du uns das? Er kann nicht fahren. Er kann nicht fahren. Er fährt wie eine Reise. Er will lieber fliegen. Was, er fährt scheiße? Hallo. Und hat eine Meise? Er fährt wie eine Reise. Er will lieber fereisen. Er fährt wie eine Mücke. Alter, kann ich sein. Mücke ist erster. DJ Brüli, sie nannten ihn Mücke. Lecker. Lecker. Gibt es nur eine Mücke. Er ist ja schon wieder hinter mir. Mensch, es ist so verlangsamt hier. Ich werde hier verlangsamen, weil ich erster bin. Ja, ich stehe ich gerade auch. Gremse. Ich gerade auch. Ich bin jetzt auch über den Punkt. Oh Mann. Jawollah! In the mix. Hecker, hecker. Ja, ja. Da bin ich ein Renn mal, weißt du? Äh. Das Rennen ist beendet und mein Fernseher schaltet auf Fernsehen. Hä? Was soll denn das? Warum läuft das, wenn wir auf einer MTV wollen? Nämlich verarschen? Ja, das war es mit den Grünen. Falsche Farbe, leider verloren. Danke. Fertisch. Farbe ist egal. Hauptsache Partybibel blau. Genau. Ja, 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 ja. Blau bringt auch ein Unglück. Nein. Ja. Nein. Grün ist nur die Hoffnung. Ihr könnt mal hoffen zu gewinnen. Blau. Grün sind die guten Leute. Blau ist gut. Blau sind die geilsten. Oh, der ist besser. Ja, Brülli. Auf den ersten, sogar mit der schnellsten Runde. Alter, und wie schnell. Ja, verdient erster Lisa. Auf den zweiten. Play for fun. Guck mal, alle, die verloren haben, machen Daumen runter. Ist gerade AFK. Ja, das ist immer so. Play for fun, dritter Platz. Gewonnen. Leider gerade AFK. Tschüss, bis morgen. Was, ich bin auch wieder da. Tschüss. Tschüss. Wer macht denn hier die Absage? Ich. Warum? Es war mit euch schön. Wir sehen uns auf Wiedersehen. Auf Fröhne sehen. Auf Fröhne sehen. Und auf Reisen gehen. Ja, schon mit seiner Reise. Auf Reisen gehen. Mit Marcel auf Reisen gehen. Mit mir auf Brülli sehen, auf Reisen gehen. Ich bin mit dem Marcel Reisen. Marcel, Blübertanzer will mit dir reisen. Ja, tschüss meine Partypeople. Macht's dir gut, haut's dir hin. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Fröhne sehen. Paul, malaggiungen. Uffрыbbarat. Auf Fröhne. Ja, dass Sie mit ihr mit ihnen Hausern Auf Fröhne. Hier sehen die Nummer. Auf Fröhne. Auf Fröhne. Erben war die Unterricht. Und ich bin AUDIENCE für Leview. und ich bin właśnie